Und wir sind live. Einen schönen guten Abend. Und wir sind live. Jetzt müssen wir das alles nochmal wiederholen, was wir gerade gesagt haben. Herzlich willkommen zu unserer FEDCON-Zugabe über das Thema die beste, schlechteste Star Trek-Episode aller Zeiten, wie wir finden. Naja, doch, doch. Es ist eigentlich die beste, schlechteste Star Trek-Episode aller Zeiten. Das ist ein Thema, das hatten wir im Podcast schon mal behandelt. Also wir haben diese Episode nach typischer Trek am Dienstag Art besprochen. Wir haben auch da bei dieser Besprechung, haben wir das ein bisschen anders gemacht als sonst, haben viel mehr auf die ganze Vorgeschichte zu dem Ding eingegangen und haben auch mal so einen Abriss gemacht über die berühmte zweite Staffel Next Generation, die ja so einige Besonderheiten hatte hinter den Kulissen. Und das möchten wir heute für euch nochmal in etwas anderen Formen aufbereiten, mit ein paar Bilderchen dazu. Auch nochmal mit diesen wichtigsten Fakten hinter den Kulissen, wie das überhaupt dazu kam, dass so eine Episode entstehen konnte. Das hat ja diverse Gründe, vor allem einen Grund hat es, kann man sagen. Und wir wollen dann am Ende das Ganze auch noch mit einer kleinen persönlichen Anekdote würzen. Und das erklärt dann vielleicht, warum das für uns ganz persönlich die beste, schlechteste Star Trek-Episode ist. Denn es hatte im Endeffekt dann auch ein sehr gutes Ergebnis. Habe ich das richtig zusammengefasst, Sebastian? Ich glaube ja, wir gehen dann ja gleich nochmal dezidiert in die Tiefe, warum das die beste, schlechteste Star Trek-Episode ist. Es kommt natürlich auch noch irgendwann mal im Podcast die schlechteste, schlechteste Star Trek-Episode. Nochmal als Teaser für euch. Aber welche das ist, also rein subjektiv natürlich. Also vielleicht, es gibt ja, ich finde immer so schön, dass man sagen kann, jede Episode ist ja von irgendwem die liebste Episode. Vielleicht. Wahrscheinlich sogar, oder? Gibt es irgendjemanden, dessen liebste Episode die Episode ist, die wir heute besprechen werden, Simon? Vielleicht nicht. Schreibt mal in den Podcast, wenn einer von euch sagt, das ist seine Lieblings-Episode. Weil ich glaube jetzt, ich glaube nicht, dass das irgendjemand sagt. Wir können ja mal hier eine Survey machen. Ja, aber ist das nicht so, wie wenn unendlich viele Affen in unendlich viele Schreibmaschinen tippen? Und ist irgendwem das seine Lieblings-Star-Trek-Episode auch? Oder erzähle ich jetzt Quatsch? So multiversenmäßig überhaupt gesehen? Ja, ich glaube, ich kann dir nicht ganz folgen. Aber es ist okay, es ist ja auch nicht mehr früh. Wir haben ja heute auch schon einen ganz normalen Arbeitssatz hinter uns. In der Tat, in der Tat. Jetzt komme ich, jetzt stelle ich die Frage. Ich wollte es vorhin schon machen, bevor wir hier auf Sendung sozusagen gegangen sind. Sebastian, was hast du die letzten Tage so gemacht, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben? Vorgestern, glaube ich. Vorgestern war es, ne? Ja, was habe ich gemacht? Ich habe einen Riesenhaufen gemacht, nämlich einen Riesenhaufen an Podcasts, ungeschnittene Podcasts, haben wir aufgenommen. Ich kann die nächsten Tage und Wochen nur schneiden, wirklich. Ohne Witz. Also, ich weiß nicht, warum wir das gemacht haben. Auf Halde gelabert und jetzt, vielleicht, vielleicht, weil ich am Freitag mich in den Zug setze und zu dir fahre, Simon, nach Nürnberg. Denn wir machen unser alljährliches Retreat, wo wir uns mal ein ganzes Wochenende sehen und über die Zukunft von Trek am Dienstag quasi drei Tage lang sprechen werden. Das ist ganz wichtig fürs Teambuilding, ja. Aber auch, um mal wieder auf schöne neue Gedanken zu kommen für den Podcast. Deswegen, ich habe gerade im Chat schon gelesen, Leute haben gefragt, wer ist denn am Wochenende auf der Star Trek Convention in Dortmund? Die Antwort ist, bestimmt viele Leute, nur wir leider nicht. Denn wir sind in Bayern beide und lassen es uns gut gehen dort mal. In Franken sind wir nicht in Bayern. Also, wir sind eigentlich schon in Bayern, aber das darfst du hier nicht so laut sagen. Das gibt es einen auch unter den Löffel, mein Freund. Und deswegen ist meine Antwort auch noch, was habe ich gemacht? Ich habe ganz, ich packe schon seit sieben Tagen meine begehbaren Schrankkoffer, um eigentlich zu dir fahren zu können, dann irgendwann mal. Damit du dich viermal am Tag umziehen kannst. Ja, natürlich. Das ist mir auch sehr, sehr wichtig, ja. Aber lass mich die Frage gerne zurückgeben. Simon, wie geht es dir? Was hast du so getrieben? Was habe ich so getrieben? Ich habe die Wohnung aufgeräumt, weil du ja kommst. Habe ich hier geputzt? Ich putze mich in die Dämmerung. Aber, weißt du, damit das alles hier blitzt und blankt, 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 ist ja egal, für dich. Nee, mir geht es auch gut. Nichts von Besonderheit eigentlich passiert. Außer tatsächlich Wohnung aufgeräumt, ja. Siehste? Schön, schönes Gefühl. Ja, wunderbar. Und Umzug ist durch, kam jetzt gerade die Frage. Ja, ja. Was für ein Umzug eigentlich? Ja. Weiß ich nichts von Umzug. Aber tatsächlich hier hinten, das könnt ihr jetzt gar nicht so gut sehen, aber hier, da wo dieses Schachspiel ist, was da zusammen, da drunter sind noch die letzten beiden Kisten, die nicht ausgepackt sind. Also ansonsten ist alles ausgepackt, aber diese Kisten werde ich wahrscheinlich auch niemals auspacken. Und dann beim nächsten Umzug, der hoffentlich in 20 Jahren erst ist oder sowas, dann werde ich die wahrscheinlich mitnehmen. Ich könnte die einfach so nehmen und wegschmeißen, weil ich habe es in den letzten zwei Jahren, solange es der Umzug nämlich schon her fasst, nicht gebraucht. Aber genug der Vorrede, ihr seid ja nicht hier, um unsere privaten Details zu hören, sondern ihr seid hier, um unseren Vortrag zu hören. Der Sebastian ist der PowerPoint-Man. Ja, bei der Fetcon durfte ich das machen mit so einer, mit so einer, hier so Ferne-Dienung mäßig. Aber heute machst du das. Das ist richtig. Du hast keine Lust. Machst du. Denn wir haben heute eine Präsentation zu zeigen. Die beste, schlechteste Star Trek-Episode. Hier steht noch Fetcon 30, natürlich, weil das stimmt ja auch. Das war eigentlich für die Fetcon 30 gedacht. Und da haben wir das ein Stündchen gemacht. Da hat der Saal gekocht. Das war ganz, ganz toll. Und wir waren sogar irgendwie zehn Minuten eher fertig. Und dann gab es noch hinterher ein kleines Q&A. Okay, und das machen wir heute auch noch. Das heißt also, wenn ihr hinterher Ende lest, dann könnt ihr natürlich direkt den Hörer auf die Gabel knallen. Es ist ein freies Land, freier Podcast, freies Zoom. Aber ihr könnt auch einfach noch drinbleiben und uns ein bisschen löchern. Aber jetzt erst mal der Vortrag. Der Vortrag, ja. Eine Frage habe ich noch, bevor du loslegst. Ja, bitte. Ich muss mal über unsere beiden Comic-Figuren, muss ich jetzt auch mal eine Umfrage in den Podcast stellen. Sebastian, das treibt den Sebastian um. Und ich mache das jetzt einfach mal öffentlich. Ja, Sebastian, hast du was dagegen? Bitte. Also, nein, ich habe bitte was dagegen. Nein, mach das bitte, wollte ich damit sagen. Sebastian findet, dass seine Figur eigentlich eine Verarsche ist, weil sie nicht die Realität abbildet. Er sieht eigentlich völlig anders aus. Ich persönlich finde, dass er genauso aussieht. Ja, also bis auf den Bart, den er sich irgendwann in den letzten Jahren mal hat wachsen lassen. Wie seht ihr das? Also, ich finde ja auch, dass vor allen Dingen in Sachen pandemische Kilogramm hier geschummelt wurde, was mich angeht. Also, man müsste diese Figur so ein bisschen aufpumpen, so seit 2020. Und deswegen finde ich immer, wenn ich das so sehe, ist das so ein bisschen so ein Etikettenschwindel. Weißt du? Wie, wenn man bei Tinder wäre, was ich noch nie war, aber wenn man bei Tinder wäre und man stellt dann irgendwie so ein falsches Bild da ein. Das vermittelt doch, Simon sieht irgendwie so aus, finde ich. Aber man sieht ja von Simon auch nur so das Profil. Und ich sehe halt aus, zehn Jahre jünger, zehn Jahre weniger grau und auch 20 Kilo leichter und auch 20 Bart weniger, oder? Ja, aber ich finde das nicht, es geht ja auch um Wiedererkennungswert. Wenn wir jetzt das irgendwie alles ändern, weiß ich nicht, Sebastian, mal schauen. Aber tatsächlich, was ich hier gelesen habe, das mit der Brille passt nicht mehr. Also, das ist ja genau umgekehrt gerade. Ja, okay. Ja, das stimmt natürlich auch. Ich trage normalerweise eine Brille, aber nur noch für Medium to Long Distance, weil ich fange an, jetzt in das Alter zu kommen, wo man so in die Gleitsichtbrille reingeleitet. Deswegen habe ich die jetzt hier nicht auf am Computer. Das würde mir das Sehen nur schwieriger machen. Mein Gott, ist das eine traurige... Lass uns das mit diesen Altersgags machen. Ich habe, glaube ich, schon hundertmal erzählt, ich war mal auf einem Ärzte-Konzert und die haben die ganze Zeit Witze gemacht über ihr fortschreitendes Alter und dass sie... Ach, ich bin ja eigentlich viel zu alt, um das zu machen. Das hat mir die ganze Freude genommen. Ich will ja gar nicht daran erinnert werden, dass die so alt sind. Deswegen, komm, jetzt mach mal weiter. Fetcon30, jetzt natürlich nicht mehr Fetcon30, die beste, schlechteste Star Trek-Episode. Wir haben es gerade schon verraten, um welche Episode es sich dreht. Die Episode lautet Shades of Grey. Kraft der Träume heißt das Ganze auf Deutsch. Und das ist noch diese Phase mit den ulkigen deutschen Titeln, zumindest zum Teil. Also Kraft der Träume. Ich weiß nicht, ob das alles so kräftig ist, was wir hier sehen. Das ist eher so die Schwäche der Träume vielmehr, würde ich sagen. Oder die schwachen Träume. Schwache Episode. Aber gut, Shades of Grey. Das ist die vorletzte Episode der zweiten Staffel, richtig? Nein, die letzte. Die letzte sogar. Die finale Episode der zweiten Staffel. Und in der zweiten Staffel gab es einige Highlights. Ich sage jetzt nur, wir haben die Borg beispielsweise kennengelernt. Und auch noch diverse andere Folgen. Aber hier dann mit sowas da ins Finale zu gehen, das ist natürlich schon mal eine Diskussion wert. Shades of Grey. Aber jetzt erstmal für alle, die die Episode vielleicht nicht kennen, fassen wir mal ganz kurz zusammen, worum es überhaupt in dieser Episode geht. Und Bill hat sich wehgetan auf einem Planeten. So richtig schön einen Dorn in die Wade reingezimmert. Polaski guckt auch entsprechend entsetzt. Und Jordi hat sich so ungelenk wie nur eben möglich und so unbequem auch wie nur eben möglich da aufgestellt, um sich das anzugucken, was da gerade im Gange ist. Mei, jai, jai. Jordi ist richtig unangenehm berührt. Er kommt mit der Situation gar nicht klar. Wie mit vielen Situationen, wo er awkward ist. Jordi ist Mr. Awkward. Das haben wir eigentlich schon so ein bisschen herausgearbeitet. Dem Bill geht es überhaupt nicht gut. Und dass wir uns in der zweiten Staffel befinden, das sehen wir natürlich an der Bordärztin. Es handelt sich um Dr. Polaski, die natürlich sofort dahin eilt, um den Bill zu verarzten. Weil es ist ja nur eine kleine Schramme und wir kennen das bei Star Trek. Da hält man einfach mal so ein Dingsi drüber, mal bieb, 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 bieb und dann ist die weg. Nicht aber in diesem Fall. Nein, denn er muss mal richtig schön auf die Krankenstation geholt werden und die Kate Polaski muss in ihr Dingsi gucken, um herauszufinden, was ist denn los mit Bill? Was hat er denn? Was hat er denn nun? Und es ist ganz schön schlimm. Es spitzt sich sogar so zu, dass sie hier die härteste Akkupunktur auffahren müssen und ihm das in den Frontallappen reintun. Also guckt ihn euch mal an. Das sieht richtig übel aus. Also er sieht aus wie in so einer Nähmaschine eingespannt. Also man sieht ja richtig, wie diese Dinger da in seinem Kopf verschwinden. Polaski übrigens ja durchaus umstritten bei uns im Podcast. Ich bin ja nicht der größte Polaski-Fan, muss ich sagen, weil ich fand immer, dass die mit Data nicht so gut umgegangen ist. Viele sagen, sie hat das deswegen gemacht, um Data so aus der Reserve zu locken. Ich fand aber teilweise was extrem unter der Gürtelinie. Haben wir uns öfter mal drüber diskutiert? Wir haben es jetzt wieder gelesen, dass ihr das nur in der ersten oder zweiten Folge tut. Ja, aber das war so krass. Ach Simon. Einfach abgefärbt dann. Und dann weißt du, manchmal ist das ja so, erste Begegnung, die zählt und dann hast du gleich so ein Bild. Und dann, ja, Polaski ist nicht mein Fall, muss ich sagen. Na gut. Bill besser, ne? Bill ist besser, vor allen Dingen. Schwitzt, der schwitzt. Schwitzt und glücklicherweise hat er diese Brusthaare, dass das nicht alles irgendwie runter vergießt. Das wird da alles schön aufgehalten. Ja. Gucken wir mal, was ist denn mit Bill los überhaupt? Wir befinden uns hier in einer Clip-Show. Ja, und Clip-Shows müssen wir mal gerade definieren. Hier sehen wir gerade die vier Königinnen der Clip-Shows, die Golden Girls. Die haben das jede Staffel mindestens einmal und in ganz vielen ihrer sieben Staffeln sogar zweimal gemacht. Geld gespart, indem sie irgendeine fadenscheinige Rahmenhandlung gestrickt haben und dann dort alte Episoden, Ausschnitte zweitverwertet haben. Und ich glaube, die Friends haben das auch sehr, sehr viel gemacht, aber ich glaube, die Golden Girls haben wirklich die meisten Clip-Shows gebracht oder auch die höchste Dichte an Clip-Shows gebracht. Aber es gibt auch andere Klassiker, ne Simon? Es gibt andere Klassiker, also bei den Golden Girls, die habe ich nicht so oft geguckt, aber natürlich ALF war ein Riesenthema damals, als wir jung waren. Da war das natürlich so die Sitcom, die man einfach geguckt hat mit Lachbarnpublikum. Ich glaube, es war sogar meine erste Sitcom, wo ich das erste Mal sowas wie ein Lachbarnpublikum überhaupt wahrgenommen habe, dass es das gibt. ALF, finde ich, ist nicht besonders gut gealtert. Das ist so meine Meinung zu der Serie, aber trotzdem, er hat auch Clip-Shows produziert. Also nicht ALF, sondern die Leute hinter ALF und hier sehen wir dann auch ein Bild direkt aus einer dieser Clip-Shows. Clip-Shows, klar, halt alte Szenen recyceln. Das ist die Idee dahinter mit einer Rahmenhandlung irgendwie umwoben. Und das Ganze ist natürlich dafür da, um Geld zu sparen. Ganz klar, man hat ja die Sachen schon abgedreht und jetzt fügt man die einfach nochmal neu zusammen und hofft, dass das Ganze funktioniert. Und mal funktioniert es und mal funktioniert es weniger, wie bei der Folge, die wir heute Abend besprechen. In den Beispielen, die ich gerade so aufgezählt habe, könnt ihr auch sehen, dass die Clip-Shows eigentlich in der Sitcom beheimatet ist. Es gibt auch ein paar Clip-Shows in dramatischen 60-minütigen Serien, aber da sind sie eher die Ausnahme. Hauptsächlich findet man das in den Sitcoms. Und jetzt, Sapperlot, haben wir die einzige Clip-Show bei Star Trek. Und wir brauchen auch einen Hook. Einen Hook, also einen Aufhänger für das ganze Ding. Der Riker ist krank, wir haben es schon gesagt. Und der Riker hat zweierlei Art von Erinnerungen zu bieten. Er hat schöne Erinnerungen zu bieten. Ich weiß nicht, immer wenn ich dieses Bild sehe und vor allen Dingen die Typen da hinten. Ich bin ja großer, oder war früher vielmehr, war ich so großer Wrestling-Fan. Ihr wisst schon, diese Schaukämpfe, dieses amerikanische. Da gab es einen Wrestler, der hieß Bastian Buga. Kann sich immer noch an Bastian Buga erinnern. Bastian Buga hatte genau solche Klamotten an wie der Typ da hinten, den man da sieht. Nur Bastian Buga war ohnehin 80 Kilo schwer. Also sah ein bisschen anders aus als das. Aber er hatte genau dieselben Klamotten an. Er erinnert mich total an Bastian Buga. Das sei jetzt aber nicht Bill Riker, Sebastian. Nein, das ist nicht Bill Riker. Aber er träumt trotzdem davon, weil es war sehr schön für ihn, das alles so mitzuerleben. Das ist eine schöne Erinnerung. Eine andere schöne Erinnerung, die er so hat, ist... Na, seine Minuet. Aus 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Seine Holodeck-Liebe. Der realistischste Holodeck-Charakter, den es gibt, hat uns die Episode damals glauben gemacht. Gut, mag sein. Da war ja sogar auch der Jean. Der Jean war ja auch völlig von den Socken, als sie sich dann mit der unterhalten haben. Das war ja, hat er gesagt. Genau. Oh, hat er gesagt. Ja, also schöne Erinnerungen. Aber es gibt auch nicht nur schöne Erinnerungen, denn es gibt in dieser Folge auch schlechte Erinnerungen. Guck mal, was hier dem Bill für ein Ungemach passiert. Das, auf die solche Flecken, die das macht, muss er erst mal Salz tun hinterher auf die Klamotten. Um das wieder rauszubekommen. Eine ganz schöne Schweinerei. Bei Amos, die Terpfütze, die Tascha ja auch auf dem Gewissen hat. Zu der kommen wir gleich auch noch mal. Richtig. Die Folge Skin of Evil war das. Aus der ersten Staffel, wo dann völlig unerwartet ein Hauptcharakter gestorben ist. Heute passiert das oft. Also bei Game of Thrones passiert das ziemlich oft. Oder seit Game of Thrones, würde ich vielmehr sagen, dass man von nichts mehr sicher ist. Und dann werden schnell irgendwie Charaktere sterben. Damals war es so, was? Sie haben Tascha getötet. Warum? Das hier übrigens ist Druckerschwärze, glaube ich, Sebastian, oder? In so einem Schleim aufgelöst. Druckerschwärze. Und Dings ist da reingestiegen. Jonathan Frakes. Aber die Komplettvertunkung da drin. Also Haudegen auch. Der tut was für die Kunst. So ist es. Hat auch Würmer gegessen, zwei Folgen später. Also von daher. Der hat es einfach drauf, der Typ. Ja. Ach nee. Aber schön. Also hier schlimme Erinnerungen. Ja. Aber auch merkwürdige Erinnerungen. Zu denen kommen wir aber gleich. Erstmal schauen wir uns an, wie die Diana auf das Ganze reagiert. Nämlich besorgt. Ja. Die kriegt das von draußen mit, was da in ihm vorgeht. Die kriegt es mit. Und man findet kein Heilmittel. Da braucht man dann so ein bisschen in der Folge, um ihn da wieder rauszuholen. Aber das wäre auch schlecht, wenn man es jetzt finden würde, wäre die Klipscheuer vorbei. Da müsste man ja wieder neue Szenen drehen. Deswegen dauert es natürlich bis ans Ende, bis der Bill wach wird. Also zum einen besorgte Gesichter, aber wie du schon sagst, auch seltsame Erinnerungen. Erinnerungen an Dinge, wo der Bill eigentlich gar nicht dabei war. Wie diese Szene auf der Brücke, wo mal eben hingeschaltet wird, während der Bill eigentlich von einem klingonischen Schiff, das im, nee, ein Frachter, ein talarianischer Frachter oder ein talarianischer Frachter, ja, er sollte evakuiert werden. Das Ding fliegt gleich in die Luft und man schaltet auf die Brücke zu dem besagten Jean. Aber das hat er sich dann so dazu gedichtet, der Bill. Denn es kommt in seiner Erinnerung tatsächlich vor. Super. Ja. Bill erinnert sich auch an Szenen, wo er eigentlich auch ohnmächtig war. Nicht zurechnungsfähig, wie hier beispielsweise in der Folge Conspiracy. Oder Conspiracy, wie wir damals unwissenderweise gesagt haben. Also Conspiracy, da liegt er am Boden und hat gerade so richtig, ja, das verzeiht mir die ausrufsweise Fressbrett neu tapeziert bekommen. Und zwar von diesem Herrn hier. Ja, den sieht er greinend über sich stehen, mit den Augen, die er anscheinend in seinem Arsch hat. Also ansonsten könnte er sich ja da gar nicht dran erinnern. Aber gut, er tut es halt. Und dann ist da ja noch die Frage, in was, also man stellt sich ja immer so die Frage, in was für einer Sprache träumt man? Gerade wenn man so mehrsprachig ist oder auch wenn man so an die Föderation denkt, wo es ganz, ganz viele Sprachen gibt. In was für einer Sprache träumt der Bill eigentlich? Der Bill träumt nicht nur in Sprachen. Der Bill, der träumt sogar Untertitel dazu. Also das ist ganz famos. Er träumt klingonisch mit englischen Untertiteln. Das muss man mal machen. Fantastisch, ja. Also Untertitel habe ich noch nie geträumt. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Dieser Klingone da, der wird übrigens gespielt von Brian Thompson. Und Brian Thompson, das ist dieser Bodybuilder-Typ, den man zum Beispiel aus Akte X kennt. Da spielt er diesen cremigen Typen, der den Mal da immer verfolgt und auch in diversen anderen Sachen. Und der hat auch ein Gesicht, das vergisst man einfach nicht. Also ein absoluter Charakterdarsteller. Brian Thompson hier. Normalerweise hat er natürlich nicht so eine Stirn, ist ja klar. Die hat er sich extra wachsen lassen. Hat er so gemacht. Bis die dann da war oder wie weißt du das? Das untere ist so nach oben gerutscht bei ihm. Ja, weil er hat ja so ein, wie sagt man das, wenn es so nach vorne geht, irgendwie alles im unteren Gesicht. Ah, genug. Oder Brian Thompson. Sehe den super gerne. Ja, ich auch, ich auch. Aber genug bei Brian Thompson. Irgendwann endet die Episode und Bill ist wieder gesund. Da machen wir jetzt keinen großen Spoiler draus. Ihm geht es wieder gut. Und Shades of Grey ist vorbei. Manche Leute werden damals gesagt haben, Gott sei Dank ist Shades of Grey vorbei. Und die zweite Staffel war damit auch vorbei. Richtig, ja. Also es ist auch gar nicht wichtig, wie die irgendwie das Heilmittel finden. Die finden das halt irgendwie. Es passiert nicht viel. Der Herr Reiker, der wird einfach wieder wach und alles ist gut und man fliegt dann der dritten Staffel entgegen. Das war dann das Ende und man sitzt ein bisschen ratlos davor und denkt sich, ja gut, also das hätte es jetzt auch nicht gebraucht. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, wie kam es denn überhaupt dazu? Und deswegen gehen wir im zweiten Teil auf die Situation hinter den Kulissen ein. Denn die war ganz besonders bei der Next Generation. Und das hatte folgenden Grund. Also wer immer noch wirkte hinter den Kulissen, war natürlich er hier. Der große Vogel der Galaxis. Natürlich ging es dem nicht mehr ganz so gut. Zu der Zeit, der hat ja dann körperlich ziemlich schnell abgebaut. Hatte hier aber tatsächlich auch noch das Sagen. Also hat das Schiff gesteuert. Wobei da auch schon ganz, ganz viele andere Leute mitgesprochen haben. Ja, um euch nämlich jetzt mal zu zeigen, wieso die Serie am Ende der zweiten Staffel in einer so prekären Lage war, dass man eine Clipshow machte, spulen wir nochmal zurück in die erste Staffel, wo sich Gene Roddenberry, Gene Roddenberry heißt da, nämlich gedacht hat, wir könnten doch Star Trek nochmal machen mit meinen alten Freundinnen und Freunden von damals, die schon mit mir die Urserie gemacht haben. Die Rede ist von Bob Justman, Dorothy Fontana und von David Gerrold, die wir hier sehen. Richtig. Bob Justman, damals Supervising Producer, also im Grunde so eine Art Produzentenaufseher bei der Original Series, Dorothy C. Fontana. Die hat natürlich sehr, sehr viel beigetragen zu der Star Trek Lore. Charlie X, Babel, viele andere Episoden geschrieben. Und rechts der Typ David Gerrold, der ist beispielsweise verantwortlich für die Tribbles-Folge. Ich habe es ja auch im Chat gelesen. The Trouble with Tribbles. Der war damals super jung, als er es geschrieben hat. Deswegen sieht er auch noch nicht ganz so alt aus wie die anderen beiden. Der war, glaube ich, 23. Also mit 23 da schon Star Trek-Folgen zu schreiben hinter den Kulissen und dann auch noch so eine legendäre Folge zu schreiben. Das ist eine große Sache. Und Gene hat die halt am Anfang von Star Trek The Next Generation an Bord geholt. Klar, die alten Leute kennt er, mit denen kann er arbeiten. Super Sache. Was kann da nur schief gehen? Ja, die Sache ist nur leider, you can't go home again, sagt man ja auch so schön. Irgendwas passiert. 20 Jahre sind ins Land gegangen. Und eine der dramatischsten Sachen, die passiert ist, ist dieser Mann, der wie ein papageienhafter Grima-Schlangenzunge vielleicht auch auf der Schulter des Gene Roddenberry hier sitzt und Gift in seinen Lauscher flüstert. Wer ist denn das Zimmer? Was ist das für einer? Es gibt gar kein Foto von dem, ist mir auch mal aufgefallen. Wir haben in der Recherche wirklich nur diese Skizze aufgetan. Also es gibt sicher Fotos von dem. Wir haben halt keins, das ist keins öffentlich verfügbar. Das ist Leonard Maislisch. Leonard Maislisch ist Gene Roddenberries Anwalt gewesen. Und mit Anwalt ist jetzt nicht der Anwalt gemeint, zu dem man mal hingeht, wenn man irgendwie rechtliche Probleme hat oder Stress mit dem Vermieter oder was weiß ich, sondern das ist eine sehr enge Beziehung gewesen. Man kann sich sogar vorstellen, dass der Maislisch nicht nur Anwalt war von Roddenberry, sondern auch so eine Art persönlicher Sekretär. So ein bisschen muss ich da an den Colonel und Elvis denken. Also Elvis Presley. Der hatte ja auch diesen Manager, den Colonel, der da vieles für ihn gemacht hat. Und so ähnlich war wahrscheinlich die Dichamik der beiden auch. Also es war eine sehr enge Beziehung. Und wenn man so von Zeitzeugen hört, die damals dabei waren bei Roddenberry, hat der dem Roddenberry auch nicht unbedingt immer gut getan. Er hat immer behauptet, ich habe nur das Beste gemacht. Ich habe meinen Job gemacht als Anwalt. Ich wollte das Beste für den Gene rausholen. Damit hat er aber trotzdem für sehr viel Ungemach hinter den Kulissen gesorgt. Und wir haben ja gerade über Bob Justman, DC Fontana und David Gerrard gesprochen. Und da sind so Risse in diese traute Viersamkeit sind gekommen aufgrund von Leonard Maislisch. Da gibt es auch ein schönes Beispiel für. Ja, bevor wir das bringen. Aber ich habe gestern eine... Nein, das bin ich nicht. Danke, Pike. The Mic. Ich habe gestern aus aktuellem Anlass bei Larry Nemecheks Podcast den Track Files ein Interview gehört mit dem Autorin Sandy Freeze, der anfangs von Next Generation geschrieben hat. Und dann hat Larry ihn auch gefragt. Sag mal, erzähl doch mal eine Anekdote über Leonard Maislisch. Irgendwie hau mal so eine alte Schote raus. Das ist ja immer lustig, weil der hat so richtig viel Scheiß gemacht. Die Antwort von Sandy Freeze war, ich hatte heute Mittag ein sehr leckeres Tonfisch-Sandwich. Nächste Frage, bitte. Meinst du, da gibt es immer noch irgendwelche Verschwiegenheitsvereinbarungen oder sowas? Das klang irgendwie schon sehr besonders, ja. Ja, aber da kommen wir doch mal her, oder? Maislisch ist tot. Vielleicht gibt es irgendwie dann trotzdem sowas, was über den Tod hinausgeht, wer weiß ja schon. Ich bin kein Anwalt, weiß ich nicht. Das Maislisch Estate, ja. Mischt sich dann da ein. Ja, aber wie gesagt, der hat versucht, Zwietracht zu stiften. Wie hat er das gemacht? Es gab den Pilotfilm Encounter at Farpoint. Das Drehbuch hat geschrieben DC Fontana. Da wäre es nur recht und billig, wenn DC Fontana auch bei der Romanumsetzung in die Tasten haut und eben da ein paar Transiemen noch dafür bekommt, dass sie für Pocketbooks diesen Roman schreiben darf. Nun hat aber die Dorothy ein in den Augen von Lennart Maislisch schweres Vergehen. Ja, super schwer. Super schwer. Sie wollte einfach angemessen bezahlt werden nach den üblichen Tarifen und ist halt da hingegangen und hat gesagt, ich habe hier viele Hüte auf bei der Produktion der Serie. Ich habe den Pilotfilm dazu beigetragen, ich hätte gerne eine Gehaltserhöhung. Was für eine Unverschämtheit, das zu fragen. Und das hat dem Maislisch überhaupt nicht gefallen. Und deswegen hat er Folgendes gemacht. Er hat nämlich der DC Fontana verboten oder er hat dafür gesorgt, dass DC Fontana über Roddenberry natürlich den Roman nicht schreiben darf, obwohl er die Geschichte von dir ist. Das muss man sich mal vorstellen. Und dann kam was ganz perfides. Er hat gesagt, naja, dann schreibt das halt der David Gerrold. Und jetzt könnt ihr euch ja vorstellen, da ist so ein Team, das da zusammenarbeitet und die haben sich eigentlich immer ganz gut verstanden. Aber das hat natürlich auch für Spannungen gesorgt unter den Autoren. Also David Gerrold und Dorothy C. Fontana, die waren da auch nicht so besonders gut drauf zu sprechen, weil wahrscheinlich auch beide nicht wussten, was da jetzt genau dahinter steckt. Dass es so weit kommt. Und das hat da auch für viel schlechte Stimmung gesorgt. Das ist noch eines von vielen Beispielen. Unter anderem wurde sich auch um Parkplätze gestritten. Wer parkt näher am Hardbuilding? Das Hardbuilding, das war das, wo die Büros drin waren, wo die Autorinnen und Autoren drin saßen. Und irgendwann war das mal so untragbar, dass Bob Justman, DC Fontana und David Gerrold einer nach dem anderen die Serie verlassen haben. Und wir standen so zum Ende der ersten Staffel ohne eine richtige Crew hinter den Kulissen da. Und da muss doch jemand her, Simon. Enter. Dieser freundlich dreinschauende Herr, das ist Maurice Hurley. Man hat jetzt irgendwen gebraucht, der den Laden fährt. Das konnte der Roddenberry ja nicht alleine machen, der zweiten Staffel sowieso schon gar nicht mehr. Weil, wie gesagt, abgebaut. Und er brauchte einen neuen Produzenten. Und da hat man sich den, den Leonard Mays, genau, den Maurice Hurley hat man sich geholt. Das war ein alten Recke, der hat schon vieles gemacht vorher. Da hat man sich gedacht, ja, dem traut man das zu, dass er diesen Kahn weiterfährt und hat ihn eingestellt. Was lachst du? Ich lache über Wilfried Kretschmann. Nee, schön. Stimmt, ja, so ein bisschen, so ein bisschen stimmt. Ja, ja. Ihr seid doch Klons, hätte meine Oma gesagt. Weißt du? Ja, also. Ja, sehr schön, ja. Maurice Hurley, toller Charakter. Übrigens, es gibt ja eine Dokumentation auch über diese ganze Geschichte bei Star Trek, gerade die Anfänge. Chaos on the Bridge heißt die. Und da kommt er ja auch zu Wort und da kommen auch ein paar andere zu Wort, über die wir heute sprechen. Und das ist ein sehr direkter Mensch, um es mal so zu sagen. Und wenn man den fünf Minuten zuhört, weiß man, okay, das ist nicht einfach mit dem. Der hat eine klare Vision und ist halt eine No-Bullshit-Attitüde. Und wenn man da so eine zachte Künstlerseele ist, so eine Autorenseele, die da arbeitet, dann kann man das wahrscheinlich auch oft in den falschen Hals kriegen. Was der sagt, das ist eher so ein militärisches, so ein General kann man sich vorstellen, so ein General im Autorenzimmer. Wir machen das jetzt so und ich diskutiere da nicht. War jetzt vielleicht auch nicht das Beste. War vielleicht auch nicht das Beste. Im Podcast würden wir solche schlechten Witze jetzt rausschneiden. Er hat natürlich dafür gesorgt, dass wir ein bisschen mehr persönliche Geschichten bekommen. Wir sehen zum Beispiel mal den Riker beim Omelette machen und es Rührei nennen. Also auf der FatCon war ja der Stars-Moot hier, war direkt vor uns in dem Saal, wo wir den Vortrag gehalten haben und hat da gekocht. Und ich habe ihn mal gefragt, ob er denkt, dass das ein Omelette ist. Und ich habe es jetzt von allerhöchster professioneller Stelle bestätigt bekommen, das ist kein Omelette, was der Riker da macht. Das sieht aus wie, ich weiß nicht, wie so ein Eierkuchen, den er da zerlegt, oder? Also es wird Omelette gesagt. Also ich weiß nicht, wie eure Omelettes aussehen, wenn ihr welche macht so und isst, aber meine sehen irgendwie immer ganz anders aus. Es sieht vor allen Dingen fürchterlich trocken aus, was der da macht. Aber gut, ist wahrscheinlich dieses Hotel, was in Hotels manchmal ist, in diesen Bottichen, weißt du, und dann ganz spät erst. So kurz vor zwölf, wenn das Frühstück abgebaut ist, dann sieht das immer so aus. Der totgekochte Spongebob, den die da drin liegen haben. Er hat auch dafür gesorgt, dass das Pokerspiel Einzug hält bei Star Trek The Next Generation. Und das muss man eben auch hoch anrechnen, weil das hat auch immer und immer und immer wieder dazu geführt, dass wir so wunderbare Charakterszenen einfach auflockernd da drin hatten. Und auch nicht zuletzt die letzte Szene der letzten Folge ist auch nochmal ein Pokerspiel. Aber Simon, lass uns mal ganz kurz über die Poker-Faces der Leute hier reden. Pulaski, okay. Data auch sehr konzentriert. Der Meister ist auch ein gutes Poker-Face. Bill, auch kann man nicht so ganz sehen. Und Jordi? Jordi hat einen Straight Flush oder so. Jordi freut sich. Ich glaube, Jordi hat ein richtig gutes Blatt hier. Glaubt er. Der freut sich. Wir mögen Jordi übrigens. Also das kommt manchmal anders rüber, aber wir lieben ihn, weil man so wunderbar auch Witze über ihn machen kann. Das hier ist allerdings ein ganz großes Ding, was von Maurice Hurley kommt. Ich habe es vorhin schon mal erwähnt. Die Borg sind seine Erfindungen. Wir lernen die Borg ja in der zweiten Staffel kennen über Q in der Folge Q-Who. Zeitsprung mit Q. Ne, Quatsch. Nicht Zeitsprung mit Q. Doch, Zeitsprung mit Q. Zeitsprung mit Q. Was ist ja eigentlich kein Zeitsprung so richtig. Aber ist auch egal. Der Q bombardiert sozusagen mit seinen magischen Kräften die Enterprise ganz weit weg. Da, wo schon Borg sind. Und dann lernen wir zum ersten Mal die Borg kennen. Das ist ja dieser Übergegner, der dann auch wirklich totgeritten wird bei Star Trek. Aber als es damals neu war, war das super fresh. Und das war seine Idee. Und es ist ja auch, muss man sagen, ein richtig, richtig cooler Gegner mit richtig so Eigenheiten. Es ist nicht irgendwie nur so ein Alien-Volk, sondern ja, es ist super, dass er uns das geschenkt hat. Ja. Diese Idee, so sieht das aus. Jetzt sind wir hier mal so ein paar Leute, die waren hinter den Kulissen tätig. Ja, den Maurice Hurley haben wir gerade schon erwähnt. In der Mitte haben wir den Enkel von Mel Torme. Das ist Tracy Torme. Und der war immer für die etwas verrückten Twilight-Zone-mäßigen, vielleicht auch teilweise schon so, ja, möchte sagen, sag mal, jetzt hilf mir nochmal, Cosmic Horror. Ich stehe gerade auf dem Schlauch, Simon. Naja, Cosmic Horror. Lovecraft-Teske, Lovecraft-Teske-Folgen. Dankeschön. Lovecraft-Teske. Ja. Egal. Ja, die Folgen, die halt irgendwie so draußen sind, wie man so schön sagt. Also die ein bisschen anders sind. Und die berühmteste Folge, würde ich sagen, die aus seiner Feder kommt, ist eben Conspiracy. Also diese Verschwörungsepisode am Ende der ersten Staffel TNG, wo dann die Föderation unterwandert wird von diesen Alien, die halt so gerne Mehlwürmer essen. Und dann so Leute ersetzt werden oder besessen werden, also so körperfressermäßig. Auf der rechten Seite Melinda Snodgrass und was DC Fontana für den Charakter des Spock war, das war sie für Data. Sie hat unglaublich viele Data-Geschichten geschrieben und da Groundwork gelegt, um mal einen Anglizismus zu verwenden. Und The Measure of a Man. The Measure of a Man. Wem gehört Data? Die große Data-Episode. Die stammt auch von ihr. So ist es, ja. Aber wir haben schon gesagt, Maurice Hurley hat viel angeeckt, insbesondere auch mit so Leuten wie Tracy Tormey. Deswegen, und auch Maurice Hurley war fettig, einfach nur. Dann am Ende der zweiten Staffel, der war komplett durch, der war ausgebrannt, hat sich nur noch geärgert. Und das hat dann dazu geführt, dass eben nochmal durch diesen Autorenraum ordentlich durchgewischt wurde. Tormey ist gegangen, irgendwann ist Hurley gegangen und es blieb tatsächlich nur noch Melinda Snodgrass übrig. Also wir hatten dann eben, wir, ich sage wir, als wäre ich damals dabei gewesen. Naja, man fühlt sich fast so an, Simon, nach Hunderten von Stunden, ständig damit beschäftigt, ja. Aber die hatten halt ein Problem hinter den Kulissen, da fehlten einfach Leute. Und ja, Captain Calhoun schreibt richtig, also es gab einen gewaltigen Personalverschleiß einfach hinter den Kulissen. Und es konnte auch eine Melinda Snodgrass, so genial sie auch war, natürlich nicht ausgleichen. So, und irgendwann, ihr müsst euch ja mal vorstellen, das sind ja nicht wie heute, acht Episoden von einer Serienstaffel oder manchmal zwölf Episoden, wo die Leute auch ein Jahr für Zeit haben. Sondern die haben ja 26 Episoden gemacht. 26 Geschichten, 45 Minuten lang. Das ist ja auch der Grund dafür, warum nicht alle gut sind oder warum mal langweiliger dabei sind oder komplett Totalausfälle. Und ja, das konnte man nicht retten mit so wenigen Autoren. Und daher ein Grund eben für Shades of Grey, wir haben keine Schreiflinge. Wir müssen irgendwas machen, damit wir diese Episode fertig kriegen. Ja, Gerüchten zufolge hat Maurice Hurley das Konzept für Shades of Grey im Herausgehen auf einen Block gekritzelt und irgendwie dann da ins Zimmer geworfen. Und dann war er auch schon raus aus dem Hardbuilding auf Nimmerwiedersehen. Aber es gibt auch noch mehr Faktoren, die da reinspielen, dass die Lage echt prekär war in dem Moment, als man eine 22. Episode noch für die zweite Staffel brauchte und nur 21 Vorlagen. Da war nämlich noch das hier. Streik. Es war ein Autorenstreik in Hollywood. Die Gewerkschaft hat gesagt, wir wollen mehr Geld haben, die Tarife sollen hochgehen. Und deswegen hatte nicht nur Star Trek ein großes Problem, denn in den USA ist eigentlich jeder Autor Gewerkschaftsmitglied. Und die konnten dann natürlich nicht arbeiten, selbst wenn sie gewollt hätten. Also selbst wenn Leute dann gewollt hätten, hätten sie nicht arbeiten dürfen, weil das hätte nämlich Ärger mit der Gewerkschaft gegeben. So, das ist dann teilweise trotzdem vorgekommen, dass da Leute dann irgendwelche Sachen geschrieben haben, aber das musste dann ganz heimlich passieren über Dritte und so weiter. Offiziell durfte nichts passieren und deswegen konnte man jetzt auch nicht sagen, ja okay, wir stellen jetzt mal drei Autoren ein, die jetzt uns mal schnell was basteln. Denn es war auch noch Streik. Also wenn es kommt, kommt es halt ganz dick. Außerdem war das Geld richtig, richtig alle. Ist schön, wie linkisch er hier grinst, der Meister eigentlich. Das Geld war richtig alle am Ende der zweiten Staffel. Und man hat nicht nur eine Clipshow drehen müssen, man hat an allen Ecken und Enden gespart. Der, den ihr hier seht, Colomini, ist der einzige Gaststar von Shades of Grey. Sonst gibt es keine Gaststars. Nee, auch vom Hauptcast fehlen Leute. Zum Beispiel Wesley. Wesley ist nicht da. Aber nicht nur Wesley, sondern auch Worf. Worf fehlt. In dieser Episode gibt es keinen Klingonen. Und, was auch noch fehlt, ist ein ganz wichtiges Set, nämlich die Brücke. Wir sehen in dieser Folge in Shades of Grey kein einziges Mal die Brücke, außer in den Rückblenden natürlich, die schon abgedreht worden sind. Und jetzt denkt man so, warum haben die das? Ist doch nicht schlimm, die Brücke ist doch eh immer da, kann man doch drehen. Ja, so ein Set muss beleuchtet werden. Da müssen ganz viele Leute hingehen. Da muss man auf ganz viel achten, damit das gut aussieht. Und man spart halt tatsächlich Geld, wenn man das Set nicht bespielt in dieser Folge. Tatsächlich gab es nur drei Sets, die bespielt wurden. Nämlich der Transporterraum, die Krankenstation und das sehr, sehr kleine Dschungelset, was wir vorhin auf dem Foto gesehen haben. Sonst wurde da nichts anderes gefilmt für Shades of Grey. Ja, jetzt haben wir euch erzählt, warum wir dort eine Clipshow à la Wayne Schlegel mal abgefeiert haben, Ende der zweiten Staffel. Richtig, ja. Es kam aber auch noch was Gutes aus der ganzen Geschichte. Das hier, dieser junge Mann, wo man auch denkt, der sieht eigentlich aus, als würde er einen ganz anderen Job machen, aber Äußerlichkeiten täuschen halt. Das ist Eric A. Stilwell und der war damals Produktionsassistent. Das heißt, der durfte die miesen Arbeiten im Grunde machen. Und in diesem Fall hier musste er sich ganz viele Videokassetten angucken mit Star Trek-Folgen. Klingt jetzt erstmal nicht so schlimm, aber er musste die Szenen raussuchen. Er musste die Szenen raussuchen, die dann in Shades of Grey verwendet wurden. Hat sich aber auch ausgezahlt am Ende, denn dieser Blutjob, den er da machen musste, da hat man ihm dann auch zugestanden in der dritten Staffel, dass er den ein oder anderen Storypitch mal einreichen durfte. Und einer seiner Storypitches wurde zu Yesterdays Enterprise. Das heißt, da haben wir schon den ersten Pluspunkt für Shades of Grey. Es hat indirekt dafür gesorgt, dass eine der besten Folgen von Star Trek The Next Generation, Yesterdays Enterprise, dass der Keim dafür gepflanzt wurde. Die alte Enterprise heißt es auf Deutsch. So ist es, ja. Aber der wirkliche Grund, warum es die beste, schlechteste Star Trek Episode ist, liegt in unserer persönlichen Geschichte. Und dazu kommen wir jetzt. Dazu kommen wir jetzt, genau. Das ist ja auch der dritte Teil, was so Trek am Dienstag auszeichnet. Zum einen natürlich das Sprechen über die Folgen, das andere dann der Blick hinter die Kulissen. Und drittens auch unser persönlicher Quatsch, den wir da einbringen und auch noch viel mehr einbringen in der Rückspultaste. Aber, wie Sebastian schon richtig sagt, ist das noch sehr präsent, Shades of Grey. Und das hat folgenden Grund. Sebastian, zeig doch erstmal das Bild von dieser wunderschönen Halle. Hier sehen wir die Ruhrlandhalle in Bochum. Da ist sie schon sehr desolat, steht kurz davor, abgerissen zu werden. Es gibt keine richtigen Fotos mehr von außen. Aber das Datum, was ihr dort seht, der 10. April 1994, da stand die Ruhrlandhalle noch im Saft und war im Betrieb. Und der Christian, unser Fazitator, der immer so Sachen sagt wie eine interessante Episode, aber nicht sehr interessante Episode, der ist mit mir an diesem Tag in einem Zug geklettert und ist mit mir von Altenahr, das ist auch so eine Nachbarstadt hier, von Altenahr nach Bochum gefahren in die Ruhrlandhalle. Und da war eine Science-Fiction- und Comic-Börse. Also da hat man wirklich 5 Mark oder 7 Mark Eintritt bezahlt, um dann da drin noch Sachen kaufen zu dürfen, Merchandise. Man hat Eintritt für einen Laden, für einen großen Laden bezahlt. Und das war sogar so beliebt, dass wir davor noch wahnsinnig Schlange gestanden haben, eine Dreiviertelstunde. Und drin war es so eng, dass man eigentlich mal rausgehen musste, um seine Meinung zu ändern. Ganz krass, wie das da drin war. Und da drin haben wir einen Händler kennengelernt. Einen Händler, auf den wir gleich noch zu sprechen kommen. Also einen Versandhandel und einen kleinen Ladenlokalhandel, dem wir gleich noch begegnen werden. Das verdichtet sich jetzt hier in dieser persönlichen Geschichte alles auf das Frühjahr 1994. Ein ganz, ganz besonderes Jahr. Man muss übrigens auch zu diesen Börsen sagen, das ist ja alles noch pre-Internet. Also heute findest du ja den ganzen Kram online relativ schnell. Und auch zu teilweise ganz okayen Preisen. Und dann sind die Sachen halt zwei Tage später da. Das gab es ja alles nicht. Also man musste halt, wenn man da drauf, wenn man da in diesem Merchandise wollte oder Videokassetten oder sonst was, musste man einfach da hin. Gibt es ja auch heute noch Comicbörsen und all diese Dinge. Aber damals war das wirklich die einzige Quelle, um an den Stoff zu kommen, sozusagen. So, 13. und 14. Mai 1994. Was ihr da seht, ist eine von diesen berühmten Butchie-Pizzen, von denen wir öfter mal sprechen. Das war so unser Stamm Italiener, kann man sagen. Den gab es auch noch bis vor zwei Jahren, glaube ich. Dann haben sie nicht gemacht, nach 50 Jahren gefühlt. Die Pizzen schmecken nicht wie italienische Pizzen, aber trotzdem ganz geil. Und hatten auch hier, ja weiß ich nicht, was soll das sein? Pasta Bolognese Pizza, oder? Genau. The best of both worlds wurde diese Pizza auch gerne mal genannt. Die Pizza Bologna. Vor ein paar Tagen, als wir in Star Trek 2, der Zaun des Karn, waren, da sind wir in das Lokal des Enkels gegangen, vom Ur-Butchie. Da haben ein paar von den Hörerinnen und Hörern, die dabei waren, es waren keine Hörerinnen, es waren nur Hörer, haben so eine Pizza auch gegessen. Und ich meine, ich habe auch schon jemanden gesehen heute. Ja, genau. Der Christian schreibt gerade, feine Butchie-Pizza. Der hat sich nämlich auch eine reingedreht vor etwa zehn Tagen. Wer war dabei? Die sah genauso aus eigentlich. Sehr schön. War super lecker, ja. Aber an diesen 13... 14. Mai 94, ja, ja. Ich muss mal kurz vorlegen, meine Eltern waren verreist mit ihrem Kegelclub am 13. und 14. Mai. Und was macht man, wenn die Eltern mit dem Kegelclub verreist sind, Simon? Weiß ich nicht, bemalt man die Wohnung mit Graffiti oder feiert ein Riesenparty. So, lädt die ganze Schule ein und dann geht es richtig ab. Weißt du nicht, was du so gemacht hast? Also du hast mich zum Beispiel eingeladen. Wir haben Star Trek geguckt. Das haben wir gemacht. So aufregend waren wir in dem Alter. Wir haben uns getroffen zum Pizza essen und zum Star Trek gucken. Und ich habe bei Sebastian übernachtet. 13., 14. Mai, denn wir hatten so eine Star Trek-Nacht tatsächlich geplant. Lag auch ein bisschen daran, dass ich, Sebastian war ein bisschen eher so in diesem Star Trek-Universum. Ich habe das ja so 93, 94 erst so richtig entdeckt und hatte, also als Fan und hatte dann auch viele Lücken. Also Folgen, die ich nie gesehen habe, weil ich sie schlicht verpasst habe. Und deswegen sind wir zu Sebastian und der hat gesagt, guck, ich zeige dir jetzt mal so ein Best-of an geilen Folgen. Und das alles Next Generation und dann haben wir uns ins Wurzemeer gehockt bei Sebastian und haben folgende Folgen uns reingezogen bis zum frühen Morgen. Hide and Q, die erste Q-Folge, wissen wir, auf dem Planeten Haven. Haven, die erste Loxana-Folge. Datalore, das Duplikat. Hier lernen wir Datas bösen Zwilling kennen. Conspiracy, wir haben es gerade schon erwähnt, Invasoren, Remi-Demi, explodierende Köpfe, oder? Richtig. Oder? Oder? Oder kommen wir gleich zu. The Neutral Zone, glaube ich, das Finale der ersten Staffel, wo wir dann halt diese Romulaner-Geschichte haben mit der neutralen Zone zwischen den Föderationen und dem Romulanischen Imperium. Imperium? Ist das eigentlich Romulanisches Imperium? Ne, Klingonisches Imperium. Nö, Romulanisches Reich. Reich, genau. Entschuldigung. Dann Picard. Iker macht Urlaub. Picard macht Urlaub, genau. Darf ich auch mal machen. Menager Troy, geschrieben von Roddenberry-Sekretärin Susan Sackett und dem Publizisten von Gene Roddenberry. Einfach nochmal so oft wie möglich Roddenberry zu sagen heute. Besser als das Buch, das sie geschrieben hat über Gene Roddenberry. Susan Sackett hat so eine Enthüllungsbiografie geschrieben über Gene Roddenberry. Wer schon immer mal von euch wissen wollte, wie der Gene Roddenberry so im Bett war, der kann sich Susan Sackett's Buch durchlesen. Und es ist einfach nur alles ganz peinliche Vorstellungen. Also nicht Gene Roddenberry im Bett, sondern überhaupt, dass sie darüber so schreibt. Weiter geht's. Night Terrors. Eine Horror-Episode, die tatsächlich damals auf VHS echt gut funktioniert hat, weil nämlich ich nicht zu Hause war, als die erst ausgestrahlt wurde. Da hat der Thorsten die nämlich aufgenommen und ich habe mir hinterher von seiner ranzigen VHS-Kopie noch eine Kopie von der Kopie erstellt, von Sat.1. Und dann hat man so eine ganz schmumpfige, ganz kontrastarme, dunkle, grauschleierige Kopie davon. Und auf einmal ist der Horror sehr wirkungsvoll, wenn man gar nicht so genau sehen kann, was da passiert. Und wenn die VHS-Kassette so irgendwie, ja, auch schon so merkwürdig an sich ist. Später dann, auf den Blu-Rays, muss man sagen, ist Night Terrors gar nicht mehr so gruselig wie damals auf dieser Kack-Kopie, die ich da hatte. Ich hätte die gerne noch mal wieder. Vielleicht muss ich das irgendwie herbeiführen. Und unser Ronsen hier, der Ronny, der schreibt ja, Augen, ich sehe Augen in der Dunkelheit. Und ohne Witz, das klingt jetzt albern, aber ich finde das damals mega gruselig. War ja auch nachts um drei und ich war auch noch nicht so verdorben durch fünf Millionen Horrorfilme, die ich dann danach irgendwann gesehen habe. Deswegen hat das alles noch viel stärker gewirkt. Night Terrors. So, dann eine Folge, die ich heute als Horror-Folge sehe. Das ist Cupid. Oh ja, ganz bitterer Tobak auch für mich. Robin Hood, Trittbrettfahrer Kevin Costner. Hast du nicht gesehen? Schalten wir schnell weiter zu Hafe Live. Das ist nämlich eine Folge, die hat uns viel, viel besser gefallen mit der Loxana und dem Timison. Und es ging um, naja, darf man mit 60 schon aus dem Leben scheiden und so. Also ihr seht, wir haben eine ganze Menge Folgen geguckt. Diese eine Nacht. Zehn Stück waren das, glaube ich. Wann haben wir eigentlich angefangen? So 18 Uhr oder sowas, ne? Aber ich weiß, dass es, keine Ahnung, halb fünf oder so war Schluss. Halb fünf oder so war Schluss, meine ich. Ich weiß nicht. Es war ja so eine Art Pyjama-Party. Ich habe jetzt schon leider nicht verklickt hier. Es war so eine Art Pyjama-Party. Mit Pizza. Und ohne Bier, weil wir waren zu jung für Bier. Und es war wahrscheinlich halb fünf oder irgendwie sowas, ja. Das kann ich mir schon so vorstellen, ja. Das war einfach cool. Also das war so richtig auch so ein Nerd-Erlebnis, mit jemandem das so gemeinsam zu gucken. Das war auch so ein bisschen die Geburtstunde für Träger am Dienstag. Weil natürlich haben wir uns dann auch über die Folgen unterhalten, was da so passiert ist. Dann, ein bisschen später, der 17. Mai 1994, diese trostlose Gegend da, was ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen heruntergekommen aussieht. Das ist der Sportplatz Honsel in der berühmten Stadt Lüdenscheid. Der Sportplatz Honsel, Sebastian, was ist da immer passiert? Das war auch manchmal ein bisschen Horror da, ne? Da ist unser Herr Bitschanski mit uns runtergegangen in den Sommermonaten und dann mussten wir da rundenlaufen. Ich bin da tausendmal drum rumgelaufen, über diesen Scheißplatz. Das ist das alles, was man sieht, wenn man da läuft. Grausam. Und dann läufst du an dem Herrn Bitschanski vorbei und wir liefen ja immer in so einem Dreiertrupp. Der Christian, da haben wir ihn wieder, und der Simon und ich. Und wir liefen extra so ein bisschen langsam, damit wir uns auch vernünftig über Star Trek unterhalten können, während wir eigentlich da rundenlaufen sollen. Und immer, wenn wir an Herrn Bitschanski vorbeigelaufen sind, der stand da in seinem herrlichen Velour-Trainingsanzug da in der Südkurve und der hat ja gesagt dann, immer die Dicken. Ja, aber da war ich überhaupt nicht dick, damals. Ich auch nicht so sehr. Und Christian auch nicht so sehr, aber naja. Nee. Aber gut, wir waren halt, wir wollten eigentlich quatschen und keinen Sport machen. Schön, finde ich, sieht aus wie ein Gefängnishof, mein liebes Feld. Stimmt, es sieht tatsächlich aus wie ein Gefängnishof und war auch manchmal ein Gefängnis, muss man sagen. Aber am 17.9.4.9, wir laufen da, wir quatschen. Und Sebastian hatte das auch im Herzen. Der wollte uns was mitteilen. Ich hatte nämlich von vor vier Tagen noch unsere geile Star Trek Videonacht in Erinnerung und habe angefangen, so Sachen mal das erste Mal übereinander zu bringen. Und ich hatte eine waghalsige Theorie, die ich da geäußert habe, während wir da so liefen und am Keuchen waren. Ich habe mich nämlich erinnert, schon wieder an die Folge Conspiracy. Die wir gesehen haben. Die wir gesehen haben. Ja. Und ich habe gesagt, Simon, die Szene am Ende, da war dieser Remick, der von den Invasoren da besessen war. Ja, so sah er aus. Der Hals hat so ein bisschen pulsiert. Passiert mir manchmal auch im Büro. Ist einfach so. Und er stand da und sagt, jetzt muss ich... Ja, Liebefeld, es kommt. We seek peaceful coexistence. Ein Satz, der gefühlt nur aus S-Lauten besteht. Toll. Einfach toll. Jodmangel. Da hätte er mal Trill gegessen oder irgendwie so. Also nicht Trill, die Spezies, sondern ach, streichen sie das. Ja. Ein schöner Effekt dabei. Also stand hinten nur einer mit der Luftpumpe und dann hat er das gemacht. Aber das war, hat man einfach geglaubt. War ein cooler Effekt. So typisch 80er, finde ich. Ja, und er stand da und hat gesagt, peaceful coexistence. Die beiden Kollegen haben gesagt, ohne uns. Haben auf ihn gefeuert. Und das war auch die letzte Einstellung, die man sah. Denn von dieser Einstellung hier ging es direkt zur Enterprise Logbuch. So und so. Boah, zum Glück haben wir diese Invasion beendet. Also nochmal, das war ja diese Conspiracy-Folge, die Sebastian irgendwo aufgenommen hatte. Oder überspielt bekommen hat von Kollegen. Also die deutsche Version. Und da eben gibt es direkt diesen Schnitt auf Executive Producer G. Norby. Schon guten Tag, bis nächste Woche. So, in Shades of Grey haben wir aber doch diese eine Szene gesehen. Oder Sebastian hat diese eine Szene gesehen. Und er hat dann so aktiv dran gedacht, Moment, das kann einfach nicht sein. Wo ist diese Szene? Ja. Wir liefen um den Sportplatz Honson und ich habe gesagt, Shades of Grey habe ich die Tage nochmal wieder gesehen. Ja, Shades of Grey habe ich die Tage mal wieder gesehen. Hast du dir öfter angeguckt oder was? Ja, die fand ich schon super. Ja, nun gut. Ich hatte nicht alle Star Trek-Folgen auf VHS. Und das war denn die Möglichkeit, ein paar Szenen zu sehen, die ich sonst nicht sehen konnte. Heute hat das Shades of Grey keinen großen Belang mehr, wenn man sowieso alles irgendwie im Regal stehen hat. Aber da habe ich gesagt, ich habe da diese Szene gesehen und die geht nur ungefähr vier Standbilder lang. Ich weiß das, weil ich diese Standbilder durchgehangelt habe auf meinem VHS-Rekorder mehrfach. Und dachte, was ist das denn? Aus welcher Folge ist das denn? Das kenne ich gar nicht. Und du hast es mir dann auch noch gezeigt und ich weiß noch ganz genau, wie das war. Ja, wir saßen da und du machst so, drückst dann auf Stopp in der Szene, spülst da genau hin. Da, da, hast du es gesehen? Da, da. Ja, genau. Stimmt, ne? Ja, und jetzt ist die Frage, wie können wir das denn verifizieren? Weil wir haben gedacht, okay, ist das jetzt nur in Shades of Grey so eine Art Bonusszene oder ist das in der Originalversion drin? Wie gesagt, kein Internet, keine Informationen, kein Zugriff auf die Originalgeschichten. Wir waren völlig planlos. Aber ich wusste ja auch noch nicht mal, Simon, dass das Conspiracy war, weil anhand dieses Standbildes, das ist ja so ein bisschen rätselhaft, habe ich auch gedacht, das könnte aber sein. Ich mache mal die VHS von Conspiracy rein. Ja, und der Hintergrund stimmt und wie der da so sitzt und dieser Stuhl da stimmt. Könnte es sein, dass Conspiracy für die deutsche Ausstrahlung auf ZDF geschnitten wurde? Und das war die Theorie, die ich äußerte, als wir am Sportplatz Honsel herumrannten. Ich habe gesagt, Simon, Conspiracy ist geschnitten und eigentlich ist da viel mehr Remy Demme noch drin, als man so gedacht hat. Ja, und das war ein Riesenthema. Also, das war ein Riesenthema. Riesenthema. Da haben wir ganze Pausen verbracht und haben immer wieder, sind wir darauf zurückgekommen, was ist eigentlich mit dieser Conspiracy vor. Das ist ja Wahnsinn. So eine harte Szene, haben wir auch gesagt. Das in Star Trek. Wahnsinn. Ja gut, aber wir erinnern uns jetzt nochmal an Ruhlandhalle, an Händler, die man da so kennenlernt und eben diesen einen Händler, auf den wir da gestoßen sind. Das ist nämlich dieser hier, Space 91. Warum Space 91? Ich habe mir das so zusammengepuzzelt, dass er den Laden 91 gegründet hat. Ja, 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 hat er. Und der Udo Grzesiak hatte den größten, prunkvollsten, schönsten Stand mitten in der Mitte von der Ruhlandhalle. Und es ist auch jetzt erst einen Monat her. Und das hier, der 18. Mai, wo ich dann nochmal wieder diesen Werbebogen in die Hand genommen habe. Dieses Foto stammt übrigens von Ronny, der glaube ich auch heute da ist. Der hat uns das zugespielt. Vielen Dank dafür, dass du da unsere Recherche bereichert hast, dass wir das hier nochmal zeigen konnten. Und ja, da habe ich gedacht, vielleicht hat der ja, was lachst du, sieht aus wie Robotschick. Weil ich liebe einfach diesen Flyer. Da gibt es so viele schöne Sachen zu entdecken. Und ich habe das Ding jetzt hundertmal natürlich gesehen und sowas. Aber ich muss immer wieder drüber lachen. Und ihr könnt mich jetzt gerne so ein bisschen pubertelmäßig beschimpfen. Aber ich fange jetzt einfach mal an mit dem Klassik-TV NCC1701. Diese Ausrufezeichen, die machen es irgendwie. 45 Zentimeter. Ständer. 59 Zentimeter. Ständer. 49 Zentimeter. Also, das muss erst mal drücken. Einfach gestrickt und ich könnte mich darüber einfach nur schlapp lachen. Aber das ist nicht das Einzige. Also ich meine, guck mal rechts beispielsweise, wo diese Figuren zu sehen sind. Picard, Troy Riker und so weiter. Was fällt euch da auf? Könnt ihr mal in den Chat schreiben, wenn euch da irgendwas auffällt. Bei den Playmates-Figuren. Hoff lacht. Sehr breit. Kein Doktor. Ja gut, das Design. Das Design, die Augen, ja. Aber Markus von Kronos hat es schon. Wir haben Picard, Troy, Riker, Morph, Laforge, Data und Borg. Sorry, Beverly. Oder Pulaski. Hätte ich auch sagen können. Oder Pulaski, ja. Wahrscheinlich war man sich nicht sicher. Also jetzt Pulaski, die ist zu frisch dabei. Da wollen wir noch keine Action-Figur machen. Und Crusher ist ja nicht dabei oder sowas. Aber sie fehlt. Also der Doktor fehlt hier. Nur 100 Mark. Nur 100 Mark. Ich zeige euch mal, wie groß die in Wirklichkeit sind, wenn ich meinen Morn hier finde. Morn. Der ist etwa so groß wie meine Hand. Sieben von den Kameraden für 100 Mark. Finde ich, ist schon eine Ansage, oder? Ist schon eine Ansage, ja. Genau. Aber trotzdem, er hat die ganze Mühe sich gemacht, das Zeug da zu importieren und uns zu besorgen. Und deswegen waren wir einfach glücklich, dass es da so eine Quelle gab. Und damals war es auch so, was Merchandise anging. Ich meine, ich war nie so der Mega-Merchandise-Bensch, der jetzt alles Mögliche haben muss von seinen Lieblingsserien. Aber damals so als neuer Fan in diesem Star Trek-Universum drin, da wollte man alles haben. Alles, alles. Ich möchte alles wissen, will alles haben. Und dann sind wir auch dann da hingefahren teilweise. Kommen wir auch später nochmal dazu, wie das so ein bisschen aussah. Und du musstest irgendwas mitnehmen. Auch, ich habe da so eine kleine Enterprise-Schlüsselanlänge, habe ich mir besorgt. Noch ein paar andere Sachen. Da habe ich nicht viel mitgemacht. Aber geil, man kann sich irgendwas kaufen. Ja. Zu Star Trek. Also, war total Konsumfieber, was das angeht. Und an dem Tag, habe ich am 18. Mai, einen Tag nach unseren Runden da am Sportplag, Sportplag, genau. Sportpark-Honsel. Sportplage. Sportplage-Honsel, ja. Habe ich Udo Grzesiak angerufen und habe gesagt, guten Tag, Herr Grzesiak. Ich hätte gerne die letzte Videokassette von der ersten Staffel Star Trek The Next Generation auf Englisch. Sie haben das doch. Und dann hat er gesagt, ja, habe ich. Dann hat er mir das zugeschickt. Hat er gesagt, ich schicke das umgehend zu. Per Nachname kommt das dann. Weil da war ja die Folge Conspiracy drauf. Und ich wollte ja verifizieren. Hatte ich überhaupt recht? Ich habe wirklich 40 Mark von meinem hart ersparten Taschengeld in die Hand genommen für diese Sportstundentheorie, die wir uns da erarbeitet hatten. 18. Mai 1994. 18. Mai 1994. Das hier, da wo du das bestellt hast. Und jetzt, wenn wir mal weitergucken. Zwei Tage später. Zwei Tage später, der 20. Mai 1994. Das hier ist das Loa-Wäldchen in Lüdenscheid. Und das Haus in der Mitte, was da so hinter dem Baum ist, da habe ich damals gewohnt. Und du warst da. Du hast mich besucht an dem Tag. Also man hat sich ja so regelmäßig dann immer besucht. Meistens am Wochenende auch. Und wir haben dann oft, weiß ich nicht, Computerspiele gespielt oder eben Star Trek geguckt. All so Sachen, die man halt macht. Und ja, ich weiß gar nicht, warum das jetzt so wichtig ist, dieses Haus zu zeigen, Sebastian. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass ja, wir hatten einen lustigen Tag. Du gehst nach Hause und dann wird der Tag noch lustiger. Ja, genau. Ich habe dich da besucht. Und ich weiß noch, das weiß ich auch nur, weil wir da eine Aufzeichnung drüber haben. Ich weiß, wir haben dort in deinem Zimmer Basketball gespielt. Oder Basketball gespielt. Wir, weißt du, meckern, wenn sie um den Sportplatz rennen sollen. Und dann spielen sie Basketball. Wir haben auch Basketball gespielt, wie die letzten Körperkläuse. Aber dein Vater kam und hat gesagt, spielt mal nicht Basketball. Ja. Das ist laut. Und dann hat er mir nach Hause gegangen. Und dann hat er mir zum Beispiel die Decke auf den Kopf gefallen, ja. Irgendwie so, Kronleuchter gerappelt. Er hat einen Punkt gehabt, um es mal so zu formulieren, ja. So ist es. Altbaum mit hohen Decken, ganz genau, Sebastian. Also der Sebastian hier im Chat. So sieht es aus, ja. Bin nach Hause gegangen und unerwarteterweise hatte sich die Deutsche Bundespost damals noch richtig ins Zeug gelegt. Und da wartete das auf mich. Lass uns mal kurz über dieses Video reden. Also klar, da ist Conspiracy drauf. Und da hat sich dann auch tatsächlich meine Theorie bestätigt. Da fliegen einem die Köpfe um die Ohren. Und nicht nur das. Dann schwüpft auch auf einmal noch ein invasoren Muttertier aus dem Brustkorb des Remig. Also für Star Trek völlig undenkbare Anblicke, die man da eigentlich sieht. Ich habe Bauklötze gestaunt an dem Tag. Ich habe wirklich, wirklich Bauklötze gestaunt und habe gedacht, super, 40 Mark, super angelegt. Und ich hatte auch noch recht. Und der Christian, der Christian stellt eine berechtigte Frage, Simon. Also wenn man sich da die Truppe anguckt, da vorne auf dem Cover, das ist ja auch noch erste Staffel hier, da ist eine geschwärzte Person und ja, es ist natürlich Tascha. Warum man da nicht einfach eine neue Artwork irgendwie genommen hat und das ein bisschen besser auch rausretuschiert hat, keine Ahnung. Vielleicht war es auch Absicht. Also vielleicht war es auch künstlerische Freiheit. Naja, es ist besser, als wenn sie jetzt so durchgestrichen wäre oder sowas. Ja, Kassette 12, da lebte sie ja noch oder das war die Kassette, wo sie starb. Da war sie nicht geschwärzt und jetzt hier ist das natürlich, ja, trägt irgendwie Trauer auch. Selbst. Richtig, man hatte noch Druckerschmerze übrig. So ist es ja. Und dann musst du da einen mit dem Daumen immer so draufstempeln auf das Gesicht. Müsst du dir mal vorstellen, 40 Mark, zwei Folgen. Ja, heute kriegst du für 40 Mark Staffeln hinterhergeschmissen. Gut, bei Star Trek ist es manchmal noch ein bisschen teurer, aber bei anderen Serien 40, ja gut, 40 Mark, Inflation und so weiter, das wäre ja heute dann auch nochmal ordentlich teuer. Also, du hast ja dann auch angefangen, diese Kassetten zu sammeln. Du bist ja dann heiß geworden. Also nicht Next Generation, doch, hast du Next Generation gesammelt? DS9 hast du gesammelt und Voyager bei Next Generation. Und Next Generation kam nochmal ein paar Jahre später in einer Budget-Variante. Da kosteten die Kassetten deutlich weniger und es waren drei bis vier auf einer Kassette drauf. Für einen Zwanni kriegtest du dann drei bis vier Folgen. Das ist auch immer noch heute total Panne. Aber damals haben wir schon gedacht, oh, kann man aber mal du zu sagen. Ja, dann hole ich mir mal da ein paar von. Aber, naja, ich glaube, das Fazit für mich ist, Shades of Grey ist deswegen die beste, schlechteste Star Trek Episode für mich, weil sie dazu geführt hat, dass ich mir meine erste eigene englische Star Trek Videokassette gekauft habe. Und es war die erste von vielen und es war eine Leidenschaft, die dann dadurch entstanden ist. Und ohne Shades of Grey könnte ich vielleicht sogar jetzt sagen, wäre das nicht 1994 schon passiert. Ich glaube, es wäre so oder so auf jeden Fall passiert. Aber das war schon so eine Art Auslöser. Ich wollte das jetzt wissen. Ich wollte diese Theorie jetzt bestätigt haben. Und für mich war es im Grunde so das erste Mal, oder es hat auch so eine Liebe in mir einfach entfacht, dieser Blick hinter die Kulissen. Also wirklich auch die Hintergründe zu erfahren, was da passiert, was weggelassen wird. Ich habe dann auch eine richtige Aversion bekommen aufgrund dieser Geschichte, was so geschnittene Filme angeht oder überhaupt geschnittene Dinge. Ich finde das immer ganz, ganz schrecklich, wenn irgendwas dann verstümmelt wird aufgrund von... Also Jugendschutz ist super wichtig und es ist auch richtig, dass es den gibt. Aber das waren damals echt grusige Zeiten, also wo es dann einfach, wo Filme teilweise komplett verstümmelt wurden und man überhaupt nicht rankam an die Originale. und alles dann immer unter diesem Aspekt, ja, wir wollen euch bewahren, wir wollen euch bewahren davor. Und ich habe eine Zeit lang mal, also ich bin wirklich kein großer Freund, der bewahrt Pädagogik. Und damals konnte ich das alles vielleicht noch nicht so einordnen, aber das, denke ich mal, hat dazu beigetragen, dass ich dann so wurde und diese Dinge dann einfach so gesehen habe. Und dieses gemeinsame Rum-Nörden auch, dieses gemeinsame Rum-Nörden über Folgen und über diese Details, die dann halt vielleicht nicht jeder weiß, ist die Geburtsstunde eigentlich für Shades of Grey. Du hattest noch einen Einwand, Sebastian. Lass ihn raus. Lass es raus. Lass es alles raus. Ja, ich wollte noch sagen, ich finde das schon okay, die Folge Conspiracy zu schneiden, wenn man sie nachmittags um, nee, am späten Samstag Nachmittag lief Star Trek, lief Raumschirm Enterprises nächstes Jahrhundert da seit ein paar Wochen und Monaten. Im späten Samstag Nachmittagsprogramm ist so eine Sache mit den platzenden Köpfen und diesem Invasoren, der da schlüpft, schon schwierig. So eine Nachtwiederholung wäre nett gewesen, glaube ich. Weiß sie halt dann später. Genau, zeige ich sie halt später oder sag es irgendwie, wir haben hier eine besondere Folge, wir zeigen die euch jetzt hier tagsüber so und heute um 10 Uhr können die Fans nochmal einschalten oder heute Nacht um eins und so und dann rappelt es nochmal richtig im Karton. Aber so dieses, ja so dieses ganz Unkommentierte, wir machen das einfach raus und zeigen das dann so und sind dann aber auch nächstes Jahr, wenn dann diese Clipshow kommt, inkonsequent genug, da diese vier Frames drin zu lassen. Ja, das ist ja auch das Elberne. Weißt du, gerade dann, dass du diese harte Szene dann da problemlos sehen kannst. Übrigens auch im Nachmittagsprogramm. Also von daher, deswegen ist für uns Shades of Grey bei aller Nichtgüte, die diese Folge hat, eine ganz, ganz wichtige Folge und die beste, schlechteste Star Trek Episode. Ja, der Rücken ist ganz schön ausgebleicht, das stimmt schon. Das ist auch nicht meine Kassette hier gewesen, das ist ein Netzfundstück. Ich finde es auch toll, dass sie nochmal oben in der Mitte, oben auf dem Rücken nochmal das komplette Cover mit allen Logos abgebildet haben. Das ist auch vom Design her, also ich habe ja mal Marketing gemacht, vom Design her finde ich das fragwürdig. Aber gut, gehen wir mal ans Ende des Jahres 1994. Da waren wir hier, also da sah das nicht so aus, da sah das noch schöner aus, aber das ist ein Google Earth Bild irgendwie von 2008, wie hier unten steht, aufgenommen August 2008. Aber im Dezember 1994, Simon, war da was? Da war das Ladenlokal von Space 91, weil der Udo hatte tatsächlich auch einen kleinen Laden. der war nicht immer auf von 8 bis 20 Uhr oder so, sondern der hatte, glaube ich, zwei Tage in der Woche, dienstags und donnerstags. Irgendwann am Nachmittag hat der aufgemacht, so weiß ich nicht, von 16 Uhr bis, weiß ich nicht, 19 Uhr oder halb sieben nur, also ein ganz kurzes Zeitfenster. Und wir sind dann quasi richtig, es war so eine Art Wallfahrt, also so eine Pilgerreise, die wir da gemacht haben zum Udo Grzesiak. Und ihr müsst mal auf das Datum gucken, 27. Dezember. Wir wussten, Sebastian hat seinen Vater überredet, dass der das Auto voll macht mit Nerds, nämlich den Simon, den Christian, den Thorsten und den Sebastian und dahin fährt und es ist kurz nach Weihnachten. Und was haben wir uns zu Weihnachten schenken lassen? Ja, möglichst Geld bitte. Möglichst Geld bitte. Wir fahren nämlich zu Space 91 am dritten Weihnachtsfeiertag. Ja, und dann sind wir dahin. Und sowas hatte der Udo auch noch nicht erlebt, muss man mal sagen. Das ist ein super sympathischer Typ, aber der hat ja echt Bauklötze geschaut, und als wir vier Nasenbären dann da reingekommen sind. Also ich habe den, glaube ich, nur ein oder zwei Mal gesehen. Ich habe noch den Eindruck, dass der ziemlich groß war. Das war so ein richtig großer, schwerer Typ. Und der sah riesig aus für mich. Weiß ich nicht, so drei Kopfe größer gefühlt. Und wir rannten so wie die, weiß ich nicht, wie die Hobbits um den herum. Und, ah, das ist interessant, das ist interessant. Und dann stand er irgendwann da, Okay, ihr Mami, noch wahnsinnig hier, ah. Also, weißt du nicht, irgendwie so eine Mischung aus Gargamehl und keine Ahnung. Also der war halt völlig, der war lustig, aber auch, glaube ich, ganz schön genervt von uns. Aber er hat natürlich Geld verdienen wollen. Deswegen hat er uns nicht rausgeschmissen. Er hat auch einen guten Reibach gemacht an dem Tag. Viele Sachen hatte der auch nicht in seinem Ladenlokal stehen, das wirklich echt klein war, sondern hinten in seinem Lager. Und dann haben wir immer gefragt, hast du das? Kann ich mir das mal angucken, das Buch? Oder hast du dies? Kann ich das mal? Und dann musste er seinen Kollegen im Lager anfunken. Ich weiß noch, wie heute, der hieß Götz. Und er hat immer gesagt, in so einem Funkgerät hatte er da, Götz, die machen mich hier wahnsinnig. Wir müssen mir jetzt das und das und das nach vorne bringen. Die wollen jetzt auch noch das sehen. Und es war einfach, es war ein magischer Tag aber auch. Und auch das ist nochmal, ja, so eine Spätfolge vielleicht von Shades of Grey, dass wir bei dieser Bestellung da echt eine gute Erfahrung gemacht haben. Das Ding war in zwei Tagen da, dass wir gesagt haben, den Typen, den suchen wir heim. Da fahren wir hin, dem kaufen wir den halben Laden leer nach Weihnachten. Ja gut, ganz so schlimm war es nicht. Aber ich glaube, jeder hat irgendwie so ein Huni dagelassen. Und ein Huni war ja damals schon viel. Da gab es immerhin sieben Actionfiguren für ohne Beverly. Und ich glaube, er hat auch gleich vier von diesen DS9-Kalendern verkauft. Erinnerst du dich an die DS9-Kalender, die wir alle hatten? Hier ist er ja. Star Trek Deep Space Nine 1995, der Kalender, habe ich heute noch. Habe ich heute noch da liegen. Irgendwann kann ich ihn wieder verwenden. Wann ist das immer, dass die Zeiten dann gleich sind? Keine Ahnung. Ich meine, das ist sogar dieses Jahr. Irgendwer schrieb neulich mal, oh, kannst wieder verwenden. Ich muss wieder 28-Jahre warten und so. Ich habe es verpasst. Naja. Naja. Ihr merkt, ich habe die Freigabe beendet. Woran liegt es? Wir sind fertig. Das war unser Vortrag. Das war unsere Fettcon 30 Story. Wir haben es jetzt noch mal echt für euch ausgeschmückt und ausführlicher gemacht, als wir es da haben. Also ihr habt tatsächlich noch einen Extended Cut bekommen. Wir haben viele anheckte Hutten da reingebracht, die wir da nicht reinbringen. Danke euch für den Applaus. Das tut sehr, sehr gut. Das geht runter wie gewachste Lemminge. So ist es, ja. Also hat uns Spaß gemacht, das Ganze nochmal zu machen. Uns hat auch der Live-Auftritt sehr viel Spaß gemacht auf dem Fettcon. Wir waren super nervös vor. Aber als wir dann auf der Bühne waren, hat es einfach nur echt Laune gemacht. Schön war auch, dass es ziemlich voll war. Das hat uns auch sehr, sehr gefreut. Obwohl wir doch starke Konkurrenz hatten. Auf der Hauptbühne war, glaube ich, PK-Panel gerade oder so. Auf der anderen Bühne waren echte Astronauten von der ESA. Und dann wir zwei Podcast-Gurken. Trotzdem war der kleine Saal zumindest, war gerammelt voll. Und als wir dann da auf der Bühne waren, war das super. Und da konnten wir natürlich noch ein bisschen mehr interagieren, auch mit den Leuten, die da waren. Das ist jetzt hier in Zoom natürlich schwer zu machen. Aber trotzdem hoffen wir, dass es euch gefallen hat. Ich sehe ja schon, dass es, glaube ich, nicht ganz so schlecht war. Sehr schön. Das freut uns sehr. Sicherlich werden wir das auch noch mal wiederholen. Irgendwann natürlich dann mit was anderem. Aber da müssen wir noch mal gucken, wann das sinnvoll ist und wann das zeitlich irgendwie zu machen ist. Wir haben relativ viel vor jetzt noch in diesem Jahr, was die Podcasts angeht. Haben wir noch so ein paar andere Ideen, die wir machen wollen. Auch ein paar Sachen, die vielleicht ein bisschen breiter sind. Aber da möchte ich jetzt noch nicht so viel zu sagen. Und jetzt würde ich einfach die Manege freigeben. Wir würden die Manege freigeben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt an uns, dann stehen wir für euch zur Verfügung. Boom. Da geht's mir.